Mensch Jeff, es gibt ein paar Sachen, die kann ich bei ihm gar nicht ab. Zumindest macht er nicht auf die Straße. Aber so oft, jedes Mal kackt er. 30 cm von der Straße entfernt, statt er aufs Feld geht. Hier ist so viel Platz. Ihr könnt da überall einen rein drücken. Von mir aus auch da oben in Schnee. Da. Kann man da nah genug hin? Nein. Aber er macht immer hier hin. Oder da hinten. Da ist sein Lieblingsbaum. Jeff, was ist da? Ich muss ja wieder abgucken. Jetzt kann ich hier wieder ein bisschen warten. Ich warte mal, bis es ein bisschen abgekühlt ist. Also warme Kuchen in der Hand. Nicht gerade so schön, ne? Ich warte mal, bis es war. 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 Vielen Dank.